Es spielt eigentlich keine Rolle, in welchem Bildbearbeitungsprogramm Sie arbeiten, ob im Photoshop, in GIMP, Photoshop Elements, Affinity Photo und wie sie alle heissen. Zuerst brauche ich für einen Freisteller immer eine saubere Auswahl. In Photoshop CC nehme ich jetzt hier das Schnellauswahlwerkzeug und werde einmal um diese Statue herumfahren. Ich werde die Auswahl umkehren und, was ganz wichtig ist, ich werde die Auswahl noch etwas nachbearbeiten. Hier an der Kante am Saum, da kann es sein, dass wenn ich jetzt nicht die Auswahl etwas verkleinere, ich mache hier mal zwei Pixel, damit man es gut erkennt am Monitor, dass ich hier so einen blauen Sound bekomme. Und das möchten wir nicht. Also ich habe die Auswahl einmal verkleinert und ich werde die Auswahl jetzt noch mit einer weichen Kante versehen. Das kommt dann in der Ebenenmaske zum Zug, was Sie später erkennen werden. Ich habe nun diese Auswahl etwas vorbereitet und werde die Auswahl auch noch speichern. Ich sage dem Statue. Nun gehe ich hier auf Kante verbessern. Zu Beginn schaut das bei Ihnen vermutlich so aus, Auswahl und Masken. Wir gehen hier auf Überlagerung, um wirklich anzeigen zu lassen, wo jetzt hier die Auswahl zum Tragen kommt. Wir haben den Smart Radius, den, wenn ich den mal ganz nach rechts schiebe, sehen Sie, bekommt man hier eine andere Kantenschärfe oder auch eine andere Kantenweichheit. Ich werde hier mal den Smart Radius in etwa auf 2,0 setzen. Ich kann die Kanten abrunden, das lasse ich jetzt in diesem Fall, das ist nicht notwendig. Ich könnte eine weiche Kante wählen. Schauen Sie mal, was hier passiert. Das ist vielleicht für einen Spezialeffekt noch gut, aber ich kann auch einen Kontrast hier noch einstellen, einen Kantenkontrast. Das lasse ich mal bei 0 und die Kante verschieben möchte ich nicht. Das habe ich bereits mit dem Verkleinern um 2 Pixel gemacht. Wenn nun am Rand eine Farbe, ein Farbsaum entstehen könnte, dann kann ich hier Dekontaminieren wählen. Bei uns ist der Hintergrund blau. Ich wähle das mal, dann sollte ein Blaustich auch noch sauber eliminiert werden. Das Ganze werde ich nun in eine neue Ebene mit Ebenenmaske führen. Wenn ich das Bild nun in die Ganzseitenansicht bringe und auf die Ebenen gehe, sehen Sie, ich habe nun eine Hintergrundebene und es hat mir eine Maske in die neu erstellte Ebenenmaske gewählt. Ich zoome das Ganze etwas ein und Sie sehen hier diese eineinhalb Pixel weiche Kante, welche ich zu Beginn im Auswahlmenü gewählt habe. Mit dieser Kante können wir in der Bildkombination dann noch spielen. Ich gehe in die Ganzseitenansicht und wähle wieder das Bild hier in der Ebene an. Ich werde nun mit dem Verschiebewerkzeug diese Statue auf ein Hintergrundbild ziehen, diese Düne, und in etwa so platzieren. Wir schauen uns einmal ein bisschen in der Vergrösserung den Saum, die Kante an. Ich habe die weiche Kante in der Auswahl deshalb gewählt, weil ich jetzt die Ebenenmaske auswählen kann. Und unter Bild, Korrekturen, Gradationskurve kann ich mit ausgewählter Ebenenmaske aus der Mitte heraus, in der Vertikalen, diesen Saum entweder verstärken lassen oder verschwinden lassen. Also breit oder schmalkopieren. Und mit solchen Methoden, in egal welchen Bildbearbeitungsprogrammen, lassen sich solche Freisteller sehr schnell, sehr gut, in bester Qualität tätigen. Eine Ebenenmaske kann im Nachhinein noch nachbearbeitet werden. Wenn ich zum Beispiel den Pinsel nehme und die Ebenenmaske auswähle, dann kann ich hier mit Vordergrund- und Hintergrundfarbe, ich wechsle hier mal auf Weiss oder auf Schwarz. Schwarz deckt ab und Weiss holt wieder hervor, jederzeit in meinem Bild noch Korrekturen und Verbesserungen in der Maske tätigen. Viel Spass beim Ausprobieren. Musik Musik Musik